Hallo Leute, ich wollte euch nochmal kurz ankündigen, ich habe für morgen mal wieder einen Stream geplant, wer dieses wunderschöne Overlay hier kennt, der war schon mal bei einem Stream dabei, morgen so gegen 15 Uhr wollte ich loslegen, erstmal mit Don't Starve, später werde ich dann mal schauen, ob ich vielleicht auch noch eine Terraria Season anfange, je nachdem wie wir mit Don't Starve durchkommen, mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja zu sterben, sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber ja, ansonsten 15 Uhr Don't Starve, mein Twitch-Kanal ist wie immer hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen dann mit am Start seid, also morgen 15 Uhr, macht euch heute noch einen schönen Abend und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, schreibt in die Kommentare, ob ihr mit dabei seid, wir sehen uns im Game, Leute, macht's gut!